Der Wolf Genau wie der Luchs kehrt auch der Wolf unaufhaltsam nach Deutschland zurück. In sechs Bundesländern leben inzwischen sogar schon wieder dauerhaft Wölfe. In 13 wurde er seit dem Jahr 2000 mindestens einmal nachgewiesen. Noch sind nicht alle auf die Rückkehrer vorbereitet. Im Zuge landesweiter Aufklärungskampagnen findet am 10. Oktober 2015 im rheinland-pfälzischen Bettenfeld in der Vulkaneifel eine Versammlung von Berufsschäfern statt. Die Berufsschäfer haben jetzt mal eingeladen dazu, dass wir uns, bevor der Wolf bei uns nachgewiesen ist, Schaden gemacht hat, solange man auch mit ruhigem und kühlem Kopf über so ein Thema reden kann. Was können wir unmittelbar selber in die Hand nehmen? Was können wir jetzt direkt selber machen, um den Schutz unserer Tiere zu erhöhen? So nach der Überlegung, wir Schäfer sind die Hüter unserer Schafe und nicht der Jäger des Wolfes. Da gehen wir gleich raus auf die Wiese und da haben wir ein bisschen mal vorbereitet, für zu zeigen, was man mit wenig Aufwand machen kann. Aber vorher freuen wir uns sehr, dass Herr Krebel von der Stiftung Natur und Umwelt, der Geschäftsführer, uns zur Verfügung steht, sowohl den Wolf-Managements-Plan nochmal ein bisschen zu erklären und dann eben auf die drängenden Fragen zu antworten. Wir haben für das Land Rheinland-Pfalz den Managementplan Wolf verfasst. Wir haben da ganz intensiv mit unterschiedlichen Gruppen zusammengearbeitet. Die Interessen der Schaf- und Ziegenhalter sind hier sehr deutlich berücksichtigt worden, dass man hier zu einem gemeinsamen Verständnis kommen kann. Gemeinsames Verständnis beinhaltet einerseits Akzeptanz der Wölfe, andererseits Vorgaben, zumindest Schutz in ausgewiesenen Präventionsgebieten. Dieser Beitrag widmet sich dem Schutz durch Elektronetzzäune. Das erste Beispiel zeigt, wie ein herkömmlicher Gebrauchterzaun mit wenigen Handgriffen in seiner Stromleistung deutlich gesteigert werden kann. Durch die Verbesserung der Erdung, Das Überbrücken von Leiterbrüchen. Eine Sache von wenigen Minuten. Das Netz wird davon nicht wie neu, aber man muss ein eigentlich noch gut erhaltenes Netz nicht wegschmeißen, nur weil jetzt gerade da schon mal ein Leiterbruch zu sehen ist. Dem Einziehen zusätzlicher senkrechter Stromleiter. Bei den Netzen sind ja nur die Querdrähte stromführend. Wir bauen zusätzliche senkrechte Stromführer ein und gucken dann, ob wir dadurch die Spannung auf dem Netz deutlich verbessert bekommen. Diese deutlich messbaren Verbesserungen bieten erhöhten Schutz gegen Wolfsattacken, vorausgesetzt die Aufbauschritte werden exakt befolgt. Gerät einrichten, die normale Erdung in den Boden einbringen, Netzkabelverbindung am Zaun herstellen, Plus- und Minuspole an die Batterie anklemmen, Gerät einschalten. Im nächsten Schritt erfolgt die eigentliche Messung, die die Stromspannung am 50-Meter-Zaun an Anfang und Ende sichtbar macht. Das ist ein digitales Messgerät, mit dem wir die Spannung auf dem Zaun messen können. Und zwar wollen wir jetzt verschiedene Messungen machen. Zum einen, wie viel ist am Anfang vom Zaun, wie viel ist am Ende vom Zaun. Und die zweite Messung, die wir dann anschließend machen, ist ein guter Erder und ein schlechter Erder. Aber fangen wir mal an mit Anfang-Zaun, Ende-Zaun. Das digitale Messgerät verfügt über zwei Pole, Erdung und Messsensor. Die an einem ausreichend langen Kabel befestigte Erdung wird fest in den Boden gesteckt. Den Messsensor führt man an den stromführenden Zaun. Sobald der Kontakt hergestellt ist, erfolgt die Messung, die auf einem großen Display angezeigt wird. Jetzt zeigt das Messgerät 7,7 Kilowolt an. Das sind 7700 Volt. Das ist direkt am Eingang vom Netz. Führen wir den Sensor des Messgerätes an die andere Zaunseite, ergibt sich ein geringerer Spannungswert. Auf dieser Seite zeigt das Messgerät jetzt eine Spannung von 7500. Das heißt also, wir haben bei einem gebrauchten Netz einen Spannungsverlust von 200 Volt bei 50 Metern Länge. Die zweite Messung, die wir jetzt durchführen, ist, wenn wir den Erder, den wir ja mehr oder weniger sparsam eingeschlagen haben, deutlich verbessern, dann werden wir sehen, dass wir auch deutlich mehr Spannung auf dem Zaun haben. Dieses anschließend mess- und ablesbare Ergebnis ergibt eine deutlich höhere Kilowolt-Leistung als die vor der Zusatzerdung ermittelte. Wir haben 2000 Volt mehr, alleine durch die Tatsache, dass wir den Erder ein bisschen verbessert haben. Wir haben den Zaun nur provisorisch aufgestellt, damit wir die Stromführung zeigen konnten. Wir haben dabei jetzt nicht auf einen sauberen mechanischen Aufbau geachtet. So was hier geht natürlich überhaupt nicht. Da kommt jedes Lamm und jeder Wolf und jeder Hund und wer will, kommt da unten drunter durch. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass der unterste Draht stramm am Boden anliegt. Wenn man solch einen labbrigen Zaun, der sich schon manchmal so durchs Gelände so ergibt, stramm ziehen will, dann kann man zum Beispiel einen weiteren Ersatzpfahl nehmen und den dann entsprechend eintreten und oben einhängen. Jetzt ist der Zaun natürlich oben immer noch ein bisschen schlabberig. Um den obersten Draht stramm zu bekommen, setzen wir einen Bodenanker ein. Den befestigen wir jetzt oben am Zaun, und stecken ihn in den Boden. So kriegen wir den obersten Draht und das gesamte Netz so stramm gespannt, dass es überall gleichmäßig stramm ist. Man sollte jetzt allerdings nicht dem Glauben verfallen, bis hierher alles richtig gemacht zu haben. Irgendwo im langen Zaun gefiert können Schäden versteckt sein, die sich nicht auf den ersten Blick erkennen lassen. Deshalb gilt auch hier die Devise, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wie kann ich defekte Stellen ausfindig machen? Das kriege ich nur dann raus, wenn ich den Stromdurchgang durch den gesamten Zaun messe. Und das machen wir jetzt, indem wir den hier an der Ecke nochmal trennen und separat messen. Und siehe da, es sind 8800 Volt. Das heißt aber nicht, dass am anderen Ende des Zaunes auch 8800 Volt sind. Ich habe jetzt zehn Netze gesteckt und ich will wissen, ob ich Durchgang habe. Kriege ich das nur hin, wenn ich auf der einen Seite das Gerät drauf mache und auf der anderen Seite messe. Wenn ich jetzt hier auch 8.000 Volt habe, kann da keine Induktion mehr sein. Dann ist richtig was da. Wir prüfen die gesamte Zaunlänge auf Stromdurchgang, indem wir die stromführende Klemme auf das eine Ende vom Zaun machen, dann den Strom einschalten und dann am anderen Ende vom Zaun messen, ob Strom kommt. Es ist jedenfalls ganz offensichtlich, dass wir einen kompletten Stromdurchgang haben. So offen lassen wir den Zaun natürlich dann jetzt nicht stehen, sondern binden die zwei Enden wieder zusammen, so wie wir es am Anfang gesehen haben, messen dann nochmal, ob der Strom auf dem Netz ist und dann können wir beruhigt nach Hause fahren. Managementpläne gibt es in fünf Bundesländern. Insgesamt neun Länder haben Regelungen veröffentlicht. Der Wolfsmanagementplan benennt Vorsorgemaßnahmen für Gebiete, wenn sich dort Wölfe angesiedelt haben. Über die Stiftnaturumwelt Rheinland-Pfalz konnten wir einen Entwurf erstellen für den Managementplan Wolf in unserem Bundesland. Darbei haben wir zurückgegriffen auf Erfahrungen aus Bundesländern, wo schon Wölfe ortsansässig sind, haben uns dort auch informiert über die Auswirkungen auf die Tierhaltung und haben dann in unserem Bundesland in Rheinland-Pfalz gemeinsam mit Interessensgruppen aus der Tierhaltung, Schaf- und Ziegenhalter, gemeinsam mit der Jägerschaft und auch mit den Naturschutzverbänden den Managementplan Wolf für Rheinland-Pfalz entwickelt. So können in Wolfsgebieten zum Beispiel Herden Schutzhunde oder der Bau von Zäunen gefördert werden. Das Land übernimmt dafür 90 Prozent der Kosten. Wir möchten einen Beitrag leisten, damit das Zusammenleben zwischen Wölfen und Menschen erneut erlernt werden kann. Nach unserer Einschätzung ist es so, dass ein solider Grundschutz gemäß der ordnungsgemäßen fachlichen Praxis in vielen, vielen Fällen ausreicht, die Schafe gegen Angriffe vor Wölfen zu schützen. Herkömmliche Zäune sind meist 90 Zentimeter hoch, spezielle Wolfszäune 1,20 Meter. Zusätzlich oben angebrachte Flatterbänder irritieren Wölfe und halten sie vom Überspringen ab. Aufbau und Messung dieser Wolfszäune erfolgen genauso wie zuvor beim herkömmlichen Stromnetzzaun beschrieben. Sollte es vorkommen, dass Wölfe ein Nutz die töten, bekommen die Tierhalter den Wert des Tieres erstattet. Unser Anliegen ist es, dass die Wölfe nicht die Chance haben, zu lernen, dass Schafe ein potenzielles Beutetier sind und bitten daher auch um Unterstützung und auch entsprechende Sorgfalt im Zaunbau im Bereich der Schafhaltung. Bien Solo gibt es so wahnsinnig definiert. Ich nehmeㄱ,